Einen Monat nach seinem Flug ins All an der Seite von Star Trek-Darsteller William Shatner ist der US-Weltraumtourist Glenn de Vries bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Ein Kleinflugzeug mit dem 49-Jährigen an Bord stürzt knapp 100 Kilometer westlich von New York in der Gemeinde Hampton Township im US-Bundesstaat New Jersey ab, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Unglück, das sich bereits am Donnerstag ereignet, sterben zwei Menschen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA nimmt die Ermittlungen zu dem Absturz auf. De Vries war am 13. Oktober gemeinsam mit dem 90-jährigen Captain Kirk-Darsteller Shatner und zwei weiteren Weltraumtouristen mit einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All geflogen. Blue Origin zeigt sich erschüttert über den Tod des Gründers eines Softwareunternehmens mit Schwerpunkt auf klinische Studien. In einem Twitter-Posting heißt es vom Unternehmen, wir sind am Boden zerstört angesichts des plötzlichen Todes von Glenn de Vries. Er hat so viel Leben und Energie ins gesamte Team von Blue Origin gebracht und die anderen Besatzungsmitglieder beflügelt.